Lieber Michael, jetzt ist es soweit. Ich übergebe dir Zügel von der Berner Landbank. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, einen glücklichen Hang, Erfolg und auch persönliche Befriedigung. Für mich fängt jetzt einen neuen Lebensabschnitt an. Und ich freue mich darauf, neue Herausforderungen und neue Erlebnisse anzugehen. Vielleicht gerade auf dem Ross oder beim Wagen fahren. Natürlich schaue ich auf die letzten 16 Jahre gerne zurück und werde es vielleicht vermissen. Die Vielfältigkeit, Kunden, Mitarbeiter, Partner und eine ganz interessante Branche. Glücklicherweise bin ich als Verwaltungsrat nicht ganz weg vom Feister.